Ich glaube, wegen des geringen Schlafs und der massiven Überarbeitung geistig nicht ganz da. Ich glaube, das ist doch auch erwiesen, dass sehr wenig Schlaf auch wie eine Art Droge wirkt, oder? Du bist dann einfach nicht ganz da. Genauso wie Mario fühle ich mich auch gerade. Schöner Zufall. Vorsichtig. What? What? Wie kann das? Okay, jetzt bin ich wach. Jetzt bin ich wach, Freunde. Hallo, guten Tag.